Herzlich Willkommen! Ja heute auf jeden Fall dranbleiben. Wir haben am Ende noch ein Gewinnspiel. Geil, tolles Ambiente hier auf jeden Fall. Die ganze Zeit für das ist auch tränkig. Als Gewinnspiel haben wir uns was ganz besonderes ausgedacht, quasi raus aus der moffigen Werkstatt. So, dann haben wir ja letztens mitgemacht bei PB Swiss Tools und da haben wir unser Bobbycar vorgestellt. Haben ein Werkzeug von dem präsentiert, mit dem wir das Bobbycar ordentlich getunt haben. Den Film verlinke ich mal da oben. Bekommen haben wir ein cooles Bike Tool. Das feiern wir jetzt mit einer kleinen Kamerafahrt. Als Gewinnspiel für das Bike Tool haben wir uns was ganz besonderes ausgedacht. Poste einfach dich und dein Fahrrad bei Instagram, verlinke uns mit adkletterwaldwetzlar und mit den Hashtags Erlebe das Abenteuer und Kletterwaldwetzlar und erkläre in einem Satz, warum du das Bike Tool von PB Swiss Tools haben willst und verlinkt natürlich auch PB Swiss Tools. Also, ab geht's würde ich sagen. Pascal Winkmann! Da klettert der Pascal, unser super Action Hero. Das ist so eine schöne Erfahrung in so einem Wald. Das Klima, das hier herrscht, die Temperatur, die Luft. Das ist eine ganz andere Qualität, als irgendwo in einer Stadt rumzuhängen. Also ich kann jedem wirklich empfehlen, entweder mal in den Kletterwald zu gehen oder auch generell mal in den Wald zu gehen. Quasi raus aus der moffigen Werkstatt. Ja! Witzig! Dasorient kat drin. Kann der stand 부�もう seinmäßig proprietary, aberstant handelt und handelt. Zitich ja, keine condemne sueijen die Welt. Gä theo, was du? Also mit einem ground zu Vashti. Und dann noch auch das Wahhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhab Déum. Wo è schon gesagt hatte, was du mal Bhatti Carlante? Vorher für dich? Bis zum nächsten Mal.